Für uns ist die Energiesparmesse Welser die wichtigste Messe. Es ist einfach wichtig, wieder face-to-face miteinander zu kommunizieren. Strom sparen, jeder will autark werden. Die Leute wollen doch noch viel angreifen und so ist einfach das Erlebnis für ein Kunden des Bestes. Face-to-face, live ist eine ganz andere Interaktion. Bei uns im Hausbau geht es sehr viel um Vertrauen. Es geht um eine irre Investitionssumme und diesen Vertrauensaufbau schafft man wesentlich besser, wenn man mit seinem Gegenüber wirklich face-to-face sprechen kann. Über das freuen wir uns am meisten, dass wir mit den Leuten wieder in Kontakt treten dürfen. Bei uns ist die häufigste Frage, mit was soll der Kunde bauen oder der zukünftige Bauherr bauen oder die Bauherrin. Wir empfehlen natürlich als nachhaltigen Baustoff und möglichst energieeffizienten Baustoff unseren gefüllten Sieg. Bei den Anfragen, die wir jetzt am ersten Messetag bekommen haben, kristallisieren sich zwei Themen ganz klar heraus. Einerseits ist das Thema energieeffizient bauen und das Zweite, wie kann man etwaige Photovoltaiklösungen in unsere Dachprodukte integrieren. Da haben wir ganz tolle Angebote. Unsere ganzen Haustüren und Nebentüren sind sehr stark isoliert, also dass der Kunde da wirklich eigentlich alles schon im Top-Bereich hat. Diese ganzen U-Werte rücken eigentlich eher im Hintergrund. Auch bei den Tore, Hallen und so sind eigentlich die Standards da bei uns schon sehr hoch. Das Strom sparen, jeder will autark werden, Gas sparen und jetzt die Photovoltaik-Geschichten sind ganz wichtig jetzt. Also mit den Einspeisen und so weiter, mit dem Strom, das ist sehr wichtig. Und jetzt haben wir eigentlich das richtige Produkt am richtigen Zeitpunkt.